In diesem Video möchte ich Ihnen ein paar Beispiele für VR-Anwendungen vorstellen, die bereits konkret im Unterricht in unterschiedlichen Klassenstufen und Schularten eingesetzt wurden. Diese vorgestellten Beispiele sollen einen kleinen Einblick über mögliche Einsatzszenarien bieten und stellen natürlich keine abschließende Auflistung dar. Travelling While Black Travelling While Black ist ein kanadisch-amerikanisches co-produziertes Virtual-Reality-Dokumentarfilmprojekt unter die Regie von Roger Ross Williams und veröffentlicht im Jahr 2019. Als Dokumentation des Rassismus in den Vereinigten Staaten ist der Film eine immersive Erfahrung, die den Zuschauer mithilfe des Negro Motoris Green Book in den Kontext afroamerikanischer Reisende erstellt, die Sicherheit suchten. Dreams of Dali Eine VR-Erfahrung für Kunstliebhaber rückt den spanischen Künstler Salvador Dali und sein im Jahr 1935 entstandenes Meisterwerk Archaeological Reminiscence of Millets Angelus in den Fokus. In Dreams of Dali dürfen Besitzer eines VR-Headsets in das Gemälde eintauchen und eine surreale, virtuelle Interpretation der Welt hinter dem Kunstwerk erforschen. Tilt Brush Tilt Brush ermöglicht das Malen im 3D-Raum mit virtueller Realität. Lassen Sie der Kreativität Ihrer Schülerinnen mit dreidimensionalen Pindelstrichen, Sternen, Licht und sogar feuerfreien Lauf. Ihr Klassenzimmer ist Ihre Leinwand, Ihre Palette ist Ihre Fantasie. Die Möglichkeiten sind endlos und bieten vor allem im künstlerischen, kreativen Bereich viele Einsatzmöglichkeiten. Anne Frankhaus Entdecken Sie das Versteck von Anne Frank und Ihrer Familie mit der App Anne Frankhaus VR in Virtual Reality. Die App ermöglicht einen besonderen Einblick in das Versteck von Anne Frank und der sieben anderen Untergetauchten im Hinterhaus. In der VR-App sind alle Zimmer des Hinterhauses im Stil des Zeitraums des Untertauchens zwischen 1942 und 1944 eingerichtet. Der virtuelle Rundgang dauert ca. 25 Minuten und bietet Hintergrundinformationen in sieben Sprachen an. Google Earth Mit Google Earth VR können Sie die Welt in der virtuellen Realität aus völlig neuen Perspektiven erkunden. Besuchen Sie mit Ihren Schülerinnen die Straßen von Tokio, schweben Sie über den Grand Canyon oder spazieren Sie um den Eiffelturm herum. In Kombination mit Street View können auch vorhandene 360-Grad-Aufnahmen um die besuchten Orte herum aufgerufen und betrachtet werden. KZ-Gedenkstätte VR-Tour Gemeinsam mit der KZ-Gedenkstätte Mosbach-Neckar-Els hat die Hartbergschule Mosbach ein SBBZ Lernen, eine virtuelle Tour durch bedeutende, aber unzugängliche Orte in der Geschichte des ehemaligen Konzentrationslagers erstellt. Die Aufnahmen wurden dabei mit 360-Grad-Kameras angefertigt und im Anschluss mit einer Authoring-Software zu einer virtuellen VR-Tour zusammengefügt. In Kooperation mit dem Gymnasium wurden darüber hinaus Audiokommentare und Detailzeichnungen eines ehemaligen Häftlings hinzugefügt. Keep talking and nobody explodes Eine Schülerin mit VR-Headset ist allein in einem Raum mit einer tickenden Zeitbombe gefangen. Sie kann die Bombe betrachten, in die Hand nehmen und die einzelnen Rätsel auf der Bombe bedienen. Die Mitschülerinnen ohne VR-Headsets haben das Handbuch ausgedruckt auf dem Tisch, um die Bombe zu entschärfen, können sie aber nicht sehen. Also müssen die Schülerinnen sich gegenseitig alles erklären und zwar schnell. Dieses lokale Koop-Spiel erfordert zwei oder mehr Schülerinnen und stellt die Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten auf die Probe.